In der zweiten Reihe. Steffen Baumgart sagte, sowas hat er noch nie erlebt, so ein Doppelkontakt, der dann zum Fehlschuss in Anführungszeichen führte. Haben Sie schon was in Ihrer Karriere erlebt und wann haben Sie den gemerkt, Sie gucken ja nie beim Elfer zu, aber wann haben Sie gemerkt, dass das der Sieg ist? Ja, weil die Jungs gesagt haben, Doppeltatsch. Doppeltatsch und dann ist es halt einfach vorbei. Aber selber habe ich das noch nie erlebt, also vielleicht wenn man mal ausrutscht, dass du aus Versehen den Ball zweimal berührst, aber das ist einfach Pech, muss man sagen.